Hallo, wir sind jetzt hier in Damme. Das ist, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt, die Raststätte, die über die Autobahn geht, so im Brückenbaustil. Ich habe mir gerade was bestellt, einen Fisch. Der Andi, der ist jetzt bei Burger King und bestellt sich was und isst. Und er sagte gerade noch, nach Valentina geht eine Stunde. Da ist echt total gut durchgekommen. Wir sind echt Gott dankbar. Es geht gerade am Regnen. Richtig schön. Richtig toll. Dann gibt es einmal Burger King und dann gibt es einmal hier die Nordsee. Und ja, wir können einfach, wir haben ein wunderbares, brüderliches Gespräch geführt. Wir sind richtig, das Herz brennt für den Heiland. Aus seiner Gnade dürfen wir das wirklich so sagen. Und wir beten einfach, einfach um Gebetsunterstützung. Und der Herr sei mit euch. Alles Gute, Gottes Segen, euer Arno und Andi von der Ruhrpott Mission.